Hi und willkommen zu einem neuen DSDS Talk hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Moll. Ganz kurze Info, in der Infobox findet ihr den Link zu meinem neuen Kanal Basti, der heißt wirklich Basti. Dort werden in Zukunft alle Talks hochgeladen, außer der Final Talk, der wird hier noch hochgeladen. Und ja, DSDS, das Halbfinale ist vorbei, Songs haben mir gut gefallen. Das einzige, was mich gestört hat, ich muss ein bisschen schneller machen, waren die Outfits. Und zwar finde ich das Styling dieses Jahr bei dieser Staffel total schlecht. Ich fand immer, die sahen verkleidet aus und nicht gestylt aus. Geht's euch auch so? Hinterlasst mal ein bisschen Feedback. Ansonsten, Luca und Daniele sind im Finale. Findet ihr das gut? Wer ist euer Finalpaar gewesen oder wer ist euer Finalpaar? Und ansonsten, ja, kurz und knapp, iPhone-Video, nicht so viel Speicher. Ich danke euch fürs Einschalten, wir sehen uns beim nächsten Talk. Euer Basti. Ciao, ciao!